Moin Moin und herzlich Willkommen zu M23 aktuell, aktuell, aktuell. Ausgegebenem Anlass gibt es heute eine Sondersendung, denn M2324.1 ist rausgekommen. Und in dieser Sonderfolge soll es darum gehen, was gibt es denn Neues? Die aktuelle M23-Ausgabe steht ganz im Zeichen der gerade erschienenen Ubuntu 24.04-Version. Und mit dabei sind wiederum sechs vorkonfigurierte Desktops, die ihr auf euren M23-Clients installieren könnt. Dabei sind Mate, der Ubuntu-Desktop, der auf GNOME basiert, LX-Cute, Budgie, KDE und XFCE. Wenn ihr jetzt was anderes haben möchtet, könnt ihr natürlich auch noch den Text-Modus installieren. Da wird natürlich keine grafische Oberfläche mit installiert. Oder ihr könnt auch X-Org installieren ohne einen Desktop. Neben dieser größten und offensichtlichsten Neuerung gibt es natürlich noch viele Kleinigkeiten, wo ich mal ein paar für euch rausgesucht habe. Unter anderem ist mit dabei der Wechsel von der alten LDAP auf die neue SSS-Routine, sodass ihr weiterhin zentral eure Nutzerkonten ablegen könnt, weiterhin in einem LDAP. Und die auf den M23-Clients verwenden könnt, um euch dort einzulocken. Also mehr oder weniger bleibt das für euch gleich, bloß es hat sich ein bisschen was unter der Haube getan. Dann kommen wir auch dieses Mal nicht um Snap drum herum. Canonical möchte es unbedingt so. Und damit das auch besser funktioniert, gibt es ein neues M23-Skript, was automatisch bei den neuen Ubuntu 24.04-Clients mit ausgerollt wird, damit Standardprogramme, so wie der Firefox und der Thunderbird, sind jetzt auch nur noch als Snap verfügbar, eingebunden werden. Und dass auch die jeweiligen Start-Icons in den Start-Menüs oder vergleichbaren Start-Dingsbumsen mit drin sind. An anderer Stelle habe ich mich quasi geweigert und verwende deswegen kein Netplan, sondern die Netzwerkkonfiguration bleibt auch in dieser Version bei dem klassischen ETC-Network-Interfaces. Das funktioniert einfach besser. Ich habe mit Netplan mal ein bisschen rumgespielt und es war nicht immer so hundertprozentig. Also von daher bleibt es an der Stelle beim alten wie gehabt, damit es auch weiterhin funktioniert. Dann gab es auch noch eine Reihe Anpassungen an das PHP 8.2. Dort wurden jetzt einige Funktionen, die vorhin in M23 verwendet wurden, als veraltet markiert. Und da habe ich dann andere verwendet. Und bei der Syntax hat sich auch ein bisschen was geändert. Und im Zuge des Ganzen habe ich den Quelltext von M23 so umgearbeitet, dass er mit PHP 8.2 und den Folgeversionen wahrscheinlich sehr gut zusammenspielt. Also so ein bisschen aufräumen, ein bisschen modernisieren und so weiter. Ein weiterer Bestandteil von M23, was ja immer mit installiert wird, ist PHP MyAdmin. Das ist eine Oberfläche, um MySQL Maria Datenbanken zu administrieren. Eine Web-Oberfläche drin, die habe ich auf Version 5.2.1 aktualisiert. Die funktioniert mit dem PHP 8.2 auch deutlich besser zusammen als die älteren Versionen von dem PHP MyAdmin. Noch etwas mehr zu Datenbanken. Die MariaDB-Tabellenstruktur wird nun automatisch aktualisiert. Da sind so ein paar Optimierungsroutinen drin, damit das Ganze besser funktioniert. Ein paar Sachen sind wieder rausgeflogen. Alte Funktionen, neue sind dazugekommen. Und diese Aktualisierung, die wird jetzt automatisch mit dem M23-Paket durchs Installieren oder beim Aktualisieren angestoßen, damit die Datenbank so ist, wie sie sein soll. Dann habe ich natürlich wiederum umfangreiche Tests gemacht mit der neuen M23-Version. Die mache ich nicht mehr per Hand oder jedenfalls überwiegend nicht mehr per Hand. Dafür gibt es M23-Auto-Test. Das Ganze läuft nämlich so ab, dass automatisiert virtuelle Maschinen, M23-Server oder Clients angelegt werden. Da wird dann die M23-Server-Software in den Server-VMs installiert. Und dann wird über einen geskripteten, ferngesteuerten Browser das simuliert, was ihr so als Admin machen würdet. Also in die Formulare eintragen, wie der neue Client heißt, welche IP-Adresse dort verwendet werden soll und so weiter und so fort. Und das ist alles automatisiert. Das läuft über Selenium. Und da gab es auch wiederum ein paar kleine Verbesserungen, Anpassungen, unter anderem zum Erstellen und Löschen von virtuellen Maschinen. Neben neuen Funktionen habe ich dieses Mal auch den Besen rausgeholt und alte Sachen entfernt, die wirklich kein Mensch mehr braucht. Und das sind unter anderem die Möglichkeit, dass das Fusion Directory-Icon in der M23-Oberfläche angezeigt wird, wenn Fusion Directory installiert ist. Das dürfte sehr, sehr selten überhaupt der Fall gewesen sein. Wenn ich mich richtig erinnere, war das was, was ich mal so in der Testphase drin hatte und dann wieder verworfen habe. Also das ist jetzt raus, dieser Code ist weg. Genauso wie Kompatibilitätscode für Lilo. Das ist der Linux Loader, ein Bootmanager, den es vor Grub gab. Also der Kompatibilitätscode, den ich dann in diesem Umbruch hatte, als Lilo quasi schon veraltet war und dann auf Grub aktualisiert wurde. Dann habe ich auch noch Upstart rausgeschmissen. Das war eine System-5-Init-Alternative von Canonical. Das hat letztendlich nicht so das Rennen gemacht. Heute ist es System-D und ja, dieser Code ist auch mal rausgeflogen. Genauso wie was, was aus Debian 3 Wutti-Zeiten noch da ist. Das war Code, um Dateisysteme down zu graden, damit die mit dem Wutti-Körnel zusammen funktionieren. Brauche auch kein Mensch mehr. Genauso wie die Installation von KDI 4 und 3. Ja, weg damit. Und die Unterstützung für Elementary OS hatte ich eine Zeit lang mal drin. Wurde von euch nicht gut angenommen. Und darum ist das jetzt auch raus. Genauso wie Linux-Binde 18.3 und 19x. Und die dazugehörigen Desktops, die sind auch weg. Die sind aus dem Sicherheits-Updates-Zyklus raus. Von daher könnt ihr die jetzt auch nicht mehr mit der aktuellen M23-Version installieren. Wenn euch interessiert, was es noch so an ganz vielen Kleinigkeiten gab, könnt ihr hier auf den Link drauf gehen. Die Folien sind unten mit verlinkt. Dann könnt ihr da gucken, was es noch so alles gegeben hat. Das ist einfach so eine Liste von Dingen, die ich schon erwähnenswert fand. Aber es gibt halt viel, viel mehr noch. Natürlich ist auch noch wichtig zu erwähnen, wie ihr jetzt an das neue M23 24.1 kommt. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, eure bestehenden M23-Server zu aktualisieren. Oder ihr könnt das im letzten Jahr komplett überarbeitete neue M23-Server-Installations-ISO verwenden, um damit einen M23-Server auf einem physikalischen Rechner, ein 64-Bit-X86-System muss es allerdings sein, installieren zu können. Oder ihr könnt das Ganze natürlich auch in der Virtualisierung machen mit demselben ISO. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, diese Installationspakete woanders zu installieren. Die M23-Server-Installationspakete sind grundlegend architekturunabhängig. Ihr könnt sie also auch auf ARM, auf RISC-V, MIPS oder was weiß ich installieren. Und das funktioniert, wenn ihr dort eine Debian-Distribution in der Version 10, 11 oder 12 habt. Oder auf UCS 5 könnt ihr diese Pakete auch installieren. Oder eben auf einem Raspberry Pi zum Beispiel. Der hat ja eine 64-Bittige ARM-CPU. Dort könnt ihr auch ein Debian installieren. Oder Raspberry Pi OS wird wahrscheinlich auch funktionieren. Wobei ich das nicht mehr getestet habe. Um das dort drauf zu kriegen, macht ihr die Installation exakt so. Ihr ladet erstmal von meiner Seite das Installationsskript runter. Das wird dann als Datei abgespeichert im aktuellen Verzeichnis. Dann macht ihr es ausführbar. Und guckt am besten auch nochmal mit LESS rein, was da so drin ist. Da werden Paketquellen eingetragen. Da werden grundlegende Konfigurationen für die M23-Pakete vorausgewählt in der DEP-Conf. Und dann läuft die Installation der einzelnen Pakete und wird konfiguriert, eingerichtet und so weiter und so fort. Es empfiehlt sich bei der Installation von diesen Paketen, dass der Server, den ihr dort habt, wirklich nur für M23 verwendet wird. Denn M23 konfiguriert eine Menge da drin um, sodass es sich mit anderen Applikationen, Server-Anwendungen vielleicht nicht immer hundertprozentig verträgt. Also gebt dem eine eigene VM oder auch einen eigenen Container, zum Beispiel ein LXC. Das ISO könnt ihr von der M23-Community-Seite bei SourceForge herunterladen. Und wahrscheinlich bald wird es auch im Univention App Center die neue M23-App geben, sodass ihr gar nicht den Umweg über diese architekturunabhängigen Server-Installationspakete braucht. Aber das funktioniert auch auf UCS. Wenn ihr mehr über M23 und verwandte Themen erfahren möchtet, könnt ihr natürlich auch die Links auf dieser Folie anklicken. Also ist wiederum unten verlinkt. Also nicht hier ins Video klicken, sondern in die richtigen Folien, die ich auch drin habe. Mit dabei sind Videos dazu, wie eine neue M23-Version entsteht, wie ich da jedes Mal so vorgehe. Das ist so ein Ablaufplan, den ich aufgeschrieben habe, an welche Sachen ich denken muss. Und das ändert sich jedes Mal so ein bisschen im Detail, aber im Großen und Ganzen bleibt es sehr ähnlich. Dann gibt es natürlich noch eine Reihe von Einsteiger-Videos, wie ihr den M23-Server mit dem ISO installiert, wie das mit dem M23-Installations-Skript funktioniert oder wie ihr erste Schritte mit eurem neuen M23-System macht. Also wie ihr den ersten Client installiert, konfiguriert. Einfach mal so ein Durchgang, wie das Ganze so läuft. Dann so ein bisschen drumherum eher Dinge, die ich damit auch gemacht habe. Free IPA, also ein System, worüber man zentral Content managen kann. Das funktioniert auch im Zusammenspiel mit M23. Wie man das Ganze fernsteuert mit PHP und sonst irgendwas, könnt ihr in dem Video erfahren. Ist jetzt nicht unbedingt ein M23-Thema. Einfach mal so am Rande, das könnte für euch eventuell interessant sein. Genauso mit Free Radios, da habe ich auch ein paar Videos zu gemacht, wie man das miteinander verbindet mit Free IPA und so. Wenn euch das interessiert, guckt das gerne. Wenn ihr M23 bei euch in der Firma oder in einer Organisation einsetzen möchtet und vielleicht noch Fragen dazu habt oder Anpassungen möchtet, ist das auch kein Problem. Denn ich biete kommerziellen Support dafür an, wirklich mit allem, was ihr dazu braucht. Und auch zu Linux- und Open-Source-Themen, die nicht unbedingt was mit M23 zu tun haben. Also ich mache Entwicklungen auf andere Dinge, mache Administration, Beratung und so weiter und so fort. Fragt einfach mal nach, wenn ihr da irgendwie Bedarf habt. Das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder geholfen auf den aktuellen Stand gebracht. Vielleicht so ein bisschen neugierig gemacht, dass ihr M23 auch mal ausprobieren möchtet. M23 ist Open-Source, es gibt keine Lizenzkosten für euch. Also ihr könnt damit beliebig viele M23-Server installieren, beliebig viele Clients installieren, ohne dass irgendwie Lizenzkosten anfallen würden. Genau, und wenn ihr von mir Dienstleistungen haben möchtet, dann geht das natürlich auch. Ansonsten macht es nach, macht es nicht nach und abonnieren, Glocke drücken und bis dann und tschüss.